nochmal so hoch oh Gott hab ich mich erschrocken ey alter Schwede boah ey man lol Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP diesmal spielen wir wieder mal eine Runde des Survival Games auf dem äh gut spiel diesmal auf dem SG.Rennschnitzel.de Server diesmal ein anderer SG Server als sonst und Ratchet sogar wenn die Friedenszeit endet finde ich ganz hilfreich so ja wie gesagt spiel diesmal auf Rennschnitzel ich wollte auch mal auf einem anderen Server spielen vor allem weil Gomme irgendwie naja scheiße ist na gut egal ähm so da haben wir eine Kiste oh die Axt huiuiuiuiuiui Gucken hier ist auch eine Kiste Eisenbrustpanzer bringt jetzt noch einen Halmrüstungspump mehr so da haben wir jemanden tue ich mal so als wäre ich damals mit Absicht runtergefallen oh spielskin da kann auch nix machen weil er keine Waffe hat die Schuhe ziehe ich mal ganz gekonnt an wie soll ich jetzt hier rüber kommen nur so dann holen wir uns den hier vielleicht auch noch ok ok hat sich auch nicht gewehrt schade schade gucken Eisenhose ist ja auch noch gleich drin krass wie schnell man hier Wutzequip findet sehr schön auf jeden Fall jetzt gehen wir mal hier rein ist hier nicht manchmal irgendwie eine Kiste gewesen ach egal gehe ich gleich mal weiter da hinten zu dieser Höhle hier sind nämlich zwei Kisten drin Steinschwert brauchen wir nicht die Kiste kann ich nicht öffnen weil die nicht dran gedacht haben den Block darüber zu entfernen oder weiß ich was da hinten ist eine Kiste da hinten ist auch eine Kiste äh Fisch bringt jetzt nicht so viel die Kiste holen wir uns auch noch Golden Karotten Helm ist ganz gut TNT weiß ich gar nicht wie wirksam das hier ist auf dem Server Pfeile und dann sieht das alles schon mal ganz gut aus ich hab übrigens wenig FPS wie immer wenn ich mit Traps aufnehme ich hab immer noch keine Lösung gefunden wie ich mit Dextry wieder aufnehmen kann es bleibt immer auf denselben FPS stehen irgendwie immer auf 19 oder so L teilweise auch 12 und dann hängt das halt da fest warum auch immer ich weiß es echt nicht fast ein Level haben wir jetzt haben wir noch einen Bogen um noch mehr zu essen nochmal so hoch oh Gott hab ich mich erschrocken ey alter Schwede boah ey man mal kommt Blut lol das haben die ja echt cool gemacht mit dem Blut hier krass das ist mir gar nicht aufgefallen wie haben die das denn hinbekommen wie haben die das denn hinbekommen das hier wirklich Blut spritzt das sieht ja richtig cool aus das sieht ja richtig cool aus oh das hat jemand das hat sich voll so angehört als wir grad neben uns ist jemand ins Wasser gefallen aber wohl nur Einbildung da hinten ist jemand einer guten Rüstung glaube ich keine Ahnung dann holen wir uns mal naja der hat kein Aim ne Pilzsuppe hat jetzt auch nicht sinnvolles dabei gehabt da hinten sind 2 oh jetzt hab ich 30 fps oh nein nein nicht im Kampf bitte ich hasse fraps so sehr dafür jetzt hab ich wieder 60 60 60 60 62 ach das ist ein Team sogar ah der ist tot oh jetzt will er noch irgendwas oh Gott der trifft mich so halbwegs alles mit dem Spritzen Brutes auf jeden Fall sehr cool muss ich sagen gefällt mir so jetzt haben wir Full Iron zumindest in der Theorie hm das tauschen wir mal hier aus 30 fps habe ich jetzt man fraps ist scheiße hat schon mal einer gesagt jetzt sind noch sieben Leute ja hm habe ich eine Angel ne jetzt hätte ich mir jetzt vielleicht noch ein Level erangelt aber wenn ich ist auch egal jetzt habe ich wieder 60 fps das ist nix na gut hier wird auch nichts mehr sein es sind noch 5 Leute es sind noch 5 Leute das ist auch leer na gut dann werde ich mal wieder nach oben gehen Kompass oder so was gibt es ja auch nicht glaube ich ich gucke mal noch in die Kiste hier ob da noch irgendwas ne Ender Perle ist cool auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr gut könnte ich mich jetzt theoretisch na egal ich gehe mal hoch einfach eine Ender Perle ist auf jeden Fall schon OP in SG würde ich sagen vor allem weil man sich da an Stellen drauf porten kann die für normale Spieler nicht erreichbar sind die keine Ender Perle haben auch nix auch nix vielleicht trauen wir unterwegs noch irgendjemanden wäre wünschenswert leben immer noch 5 Leute so bisschen 30 fps jetzt könnte ich ja gar nicht kämpfen ich hoffe einfach dass ich mehr bekomme 60 habe ich jetzt wieder 30 60 schwankt 30 wenn ich jetzt den Gegner sehe lauf ich weg denn so habe ich keine Chance und wieder 60 ich bin doch sowieso niemanden Mann wo sind die alle jetzt sind noch 4 Leute Deathmatch in 800 Sekunden toll ey wo seid ihr ja soll ich sagen dass ich am Spawnen bin na ich also das mal lieber zumindest mit den FPS lasse ich das mal lieber so tja wo sind die Gegner keine Ahnung auf so einer riesen Map drei oder andere Leute zu finden ist auch relativ schwer würde ich sagen du könnt noch mal an den Strand gucken ob da jemand ist von hier aus sehe ich eh niemanden hm ist es eine Kiste lol wie soll man die jemals finden nein die Erde darüber stört ein bisschen ich glaube da war jemand ein bisschen dem nicht als ich das hier ausgedacht hat geht funktioniert noch wenig müssen wir auf die kiste wenigstens zugreifen können und ein feuerzeug mit die ability von 4 haben die schon extra so gemacht mein feuerzeug schon ziemlich op ist wieder 30 fps keine ahnung wo soll ich denn jetzt hingehen es leben noch zwei andere leute na gut jetzt der counter machen bei 160 sekunden trotzdem noch fast drei minuten auf so einer riesen map macht drei leute und die warten trotzdem noch drei minuten bis zum deathmatch weiß ich nicht ob so gut ist kommt leute mann ich hasse niemanden zu finden da hinten haben wir noch jemanden getroffen schön gemacht er weicht zurück ein bisschen ich glaube jetzt hat er verloren sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön und hier war das blut auch sehr geil das blöde ist jetzt natürlich nur das match beginnt wir haben noch 90 sekunden ganz gut immerhin wer ist da heißt der letzte der noch lebt keine ahnung wie er sein könnte ich würde jetzt auch gar nicht suchen eigentlich naja 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 das match 80 sekunden lässt die noch so lange Zeit lassen na gut dann kann ich wenigstens vollrecken chest refill oder sowas gibt es aber nicht ja das vorherzeug könnte auf jeden fall noch hilfreich sein wo wir nur eine durability von 4 drauf haben wenn wir einmal damit anzünden haben wir schon mal deutlich bessere chancen zu gewinnen tja ich hoffe es wird keine deathmatch arena die lag sonst habe ich ganz schlechte karten übrigens könnt ihr mir gerne auf twitter folgen wenn ihr möchtet damit ich jetzt mal so einen kleinen übergang zum erzählen habe dort bin ich relativ aktiv bzw bin ich auf facebook gar nicht mehr aktiv eigentlich kann man eigentlich so sagen das heißt wenn ich irgendwie mich interessiert und wissen wollt was ich so mache oder keine ahnung halt irgendwas über mich mehr erfahren wollt 10 sekunden deathmatch dann folgt auf twitter denn dort bin ich immer aktiv den ganzen tag lang ich bin ein richtiger suchti oh gott 15 sekunden friedensphase 60 fps habe ich sogar sind sie half slabs ne das sind keine half slabs mit dem half slabs sage ich nur wegen feuerzeug gut sofort ja als ob ich davon jetzt was los mit ihm er läuft genau rein sehr schön hey hat man hier speed oder sowas schnelligkeit das speed 1 er hat mich tatsächlich runter geschlagen ich habe ihn noch getötet ich habe ihn vorher noch getötet oh wie schön gg oh gott alter ich dachte jetzt wäre es vorbei gewesen ich habe ihn noch im runterfallen getötet das war ein ganz bisschen knapp aber natürlich saukool ja gut ähm da war es auf jeden Fall mit der runde hier wie gesagt könnt ihr mir gerne auf twitter folgen und dann würde ich mal sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin und tschüss eu options myös OLD дев 장in Mont das 0 wer